Ja, neu im Katalog und da möchten wir Ihnen was ganz Besonderes vorstellen, weil jetzt hat der Sommer endlich seinen Durchbruch geschafft und man möchte vielleicht auch die Gartenmöbel auf Hochglanz polieren, die Fahrräder wieder fahrtauglich machen, vom Schlamm der letzten Regenfahrt befreien oder andere Dinge reinigen. Und reinigen ist eigentlich immer sehr, sehr kompliziert, aber nicht mit den richtigen Materialien. Und Ingo hat uns jetzt genau das richtige Reinigungsset mitgebracht, damit Sie alles, was zu reinigen ist, adäquat, schnell und sauber bekommen. Ja, das ist unser Viererset Bürsten und diese Bürsten können Sie ganz einfach, die haben hier diesen Stift dran, diese Bürsten können Sie ganz einfach auf Ihre Bohrmaschine oder Ihren Akkuschrauber raufstecken, festdrehen und damit dann richtig, richtig bürsten. Das sind Kunststoffbürsten, das heißt, sie sind auch schonend, machen keine Kratzer. An ganz empfindliche Sachen würde ich Sie nicht dran machen, aber natürlich ideal für Gartenmöbel. Schauen Sie mal, im Frühjahr oder wenn es mal draußen stand, dann bildet sich da so grüner Belag. Bevor Sie da stundenlang schrubben, gehen Sie einfach mit dieser Bürste ran. Hier haben wir eben vier verschiedene Bürsten. Das ist jetzt eine für flache Oberflächen. Wir haben vier verschiedene Aufsätze für die verschiedensten Anwendungsbereiche, aber natürlich auch Fliesen im Garten. Sie kennen diese Waschbettbetonfliesen, da sammelt sich ja immer Eigenzeug oder sowas. Damit kann man das super machen. Und Diana hat mal hier jetzt an unserer Bohrmaschine das Felgenreinigungsset gemacht und will damit am Auto, das ist ja auch immer sehr, sehr dreckig, kann man ganz einfach mit dieser Bohrmaschine die Felgen sauber machen. Da ist ja auch immer Dreck dazwischen, dass wir da eben richtig mal sauber machen können. Stecken Sie einfach vorne auf die Bohrmaschine, schrauben fest und dann können Sie damit eben hier mal richtig zwischen die Felgen gehen und alles sauber machen. Kinderleicht, wenn Sie das selber machen würden, würden Sie da stundenlang schrubben mit einem Lappen, mit einer Bürste. Lassen Sie das unsere Bürsten machen. Kinderleicht sauber zu machen, ist es spiegelblank hinterher, Ralf. Da kriegst du den größten Dreck mit runter. Es gibt viele, die nehmen eine alte Zahnbürste, aber die wissen auch, wie lange man hier braucht. Damit geht es schnell und effektiv. Gartenmöbel, Terrakotta-Töpfe, Blumentöpfe mal wieder auf Hochglanz bringen oder eben auch die Fahrräder. Also Sie sehen, vielfältig einsetzbar und eben für jede Größe, egal was für eine Fläche zu reinigen ist. Ja, das ist es ja. Dafür haben wir die verschiedenen Aufsätze. Dieser hier, der kommt jetzt halt da in die Winkel und Ecken ran, wo man mit dem Lappen nochmal besonders auffassen muss. Wir haben auch noch kleinere und diesen Flächenbürste. Es ist ein vierteiliges Set, was Sie hier bekommen für alle Anwendungsgebiete. Ob Steinböden, Badewannen ist auch so eine Sache. Da kann man ja auch ewig schrubben. Waschbecken und so weiter. Felgen, Gartenmöbel, Salzverkrustung kann man dann auch prima abmachen. Das ist halt die Sache, die Ihnen die Handarbeit erleichtert, wo Sie dann eben, wenn es richtig grob ist, mal richtig reinigen können mit unseren Börsen. Die Borsten sind übrigens aus Kunststoff. Das heißt, sie sind also wirklich auch schonend, relativ schonend zur Oberfläche. Hier auf diesem Metall, an den Felgen ist das optimal, bei Fahrrädern, bei Steinen, überall, wo man richtig schrubben müsste. Kommen Sie hier mit unserem Vierer-Set überall hin und können es richtig sauber machen. Richtig toll. Passt auf jede Akkuschraube, auf jede Bohrmaschine. Und damit wird es zum Kinderspiel. Ob vom kleinen, vielleicht von Fahrradfelgen bis zu großen, großen Flächen. Alles können Sie reinigen. Das Vierer-Set, was wir hier gesehen haben, kostet gerade mal 11,39 Euro. Und ich denke, der eine oder andere Gartenstuhl hat es mal wieder nötig, ein bisschen nachpoliert zu werden. Das ein oder andere Fahrrad sowieso. In den letzten Tagen war sehr viel Regen. Die müssten dementsprechend aussehen. Hiermit kann man sie ohne große Anstrengung reinigen. Auch die Felgen. Und ich denke, Ihnen zu Hause werden noch andere Reinigungsmöglichkeiten einfallen. Das Vierer-Bürsten-Set. Ja, du wolltest noch? Guck mal mit den Steinen da. Mit den Steinen, das finde ich optimal. Wenn da grünes Span ist oder so. Ja, wenn da grünes Span ist, dann bürstest du dich kaputt. Lassen Sie es machen. Also, machen Sie es ganz einfach mit Ihrem Akkuschrauber, mit Ihrer Bohrmaschine und dem vierteiligen Bürstenset. Die Bestellnummer für diese vier Bürsten ist die LX 47 96 und die 569. Der Preis gerade mal 11,39 Euro. Und es bewahrheitet sich wieder das, was ich immer sage. Mit dem richtigen Zubehör ist die Arbeit halb so schwer.